hallo freunde und willkommen zurück bei daisy mit den selben herrschaften hier wieder am start patrick daniel miray nikki akka tom und eddy wir sind am airfield also eine airstrip am südlichen genau bei cherno bei chernobyl kids immer wir sind nämlich auf dem weg richten nach cherno und wollten euch mit dem weg nicht langweilen aber alter etwas los sein wer einer von euch hat jetzt nicht die rechte maus hast du durchgedrückt er es nicht hat doch klar immer alter weiter die weh lauf da mitten auf dem feld rum ich bin wieder der dumme nach ok damit auf dem feld also die tür ist auf ja pass auf patrick wir machen die zu dann gehe ich rechts und du links dazu kannst du die aber nur machen wenn du naja genau wie er ist ja nacht ich finde es so geil hat die backen das war ein kompliment du du ja du hast ja auch süßes weckchen ja die wehörst sofort schießen aber aufpassen wir uns jetzt ein bisschen aufgeteilt wir haben uns aufgeteilt ja auch was auf das auf das auf das auf das auf das auf ich komme jetzt nimm die waffe mit dem haus vor dem hangar okay du bist da vorne geht rein geht rein geht rechts rein sind wir rein da okay kommen wir gehen rein der rein da ist bestimmt auch drin ok ich geh hoch hier liegt noch ein dosenöffner hier liegt noch ein dosenöffner und den nehme ich mit lass mich ich brauch den eh noch clear clear was war das läuft oh gott spinns boah ey pass auf alter mein herz wieso habe ich feuerholz dabei wie behindert ist das denn wieso guckst du auf den computer was versuchst du da ich das lachen munitionsbox ja hier war leer ne ja unten liegt halt noch ein dosenöffner in dem baum wo denn nicht jeder nee alle kommen ins gebäude rein nach oben und alle rein türen zu machen türen zu machen und nach oben ich war der schwarze bleibt unten oder bei der tür bleiben ist einer unten noch ich lege mich jetzt ich habe mich vor die tür gelegt also ich schieße auf jeden der aus der halle die weißt du die haben uns gekriegt das letzte mal weil die hat so um die ecke gelugt plötzlich weißt du mit mit q und e war das genau und das ist scheint sehr effektiv zu sein weil um die ecke gucken kannst du ja sowieso also ich zeig's dir mal was aus der dritten perspektive das war so warte das ist aber doch weil dann schließlich den kopf alter wenn du dich an die wand stellst was war das hast du einen gesehen wir werden damit doch geschossenheit jetzt lass uns mal die tür bewachen wenn die aufmachen da kommt aber gar keine also wo bist du denn überhaupt mir oben wenn so im raum da kann ich perfekt das ist das ist das licht da hinten geh mal weg ein stück bitte mir das ist eine hose ich glaube ich habe ich glaube ich habe was grünes gesehen unten also jetzt nicht den rasen wo denn super gag im wald oder aber warte mal fakt ist doch es hat doch irgendwer geschossen oder er hat natürlich zu knapp m16 und ein scharfschutz im erwerber ist m4 und scharfschutz im erwerber würde ich sagen wie er sich auskennt was das scharfschutz im erwerber ist mega laut m16 ist dauerfeuer das heißt ja klar also es ist ein bisschen als ich dass ich jetzt hier unten alleine bin weil oder womit fahren gehen wir hin oder wir wollen jetzt wollen wir nicht hier im haus stehen bleiben ja deswegen meine ich ja es wäre ganz geil wenn wir einen blick nach draußen hätten hatten wir doch oben durch fünf da haben wir ja ja zweimal ja aber jetzt in richtung er fehlt also jetzt gerade raus wo patrick liegt weißt du dass man ich mach mal tür auf nun mal nicht wo es macht ihr wieder als kann natürlich auch für den sniffer ist mir nicht tot kann natürlich auch von der base kommen also von der für den für den zeltlager da hinten der action war naja soweit hört man das auch nicht genau doch wir haben das doch auch der einfolge gehabt dass bei dem zeltlager waren haben wir schüsse gehört ja sagen wir sind jetzt alle hin ich bin rausgegangen ich bin ich bin noch dran ok ist vom hangar schon soll ja dann würde ich sagen gehen wir da her oder ist so ein großer grüner rucksack ich meine luci ja den könntest du eintauschen gegen deinen roten ja das wäre vielleicht eine gute idee ist da jemand im hangar ja ich bin im hangar ja ich meine ich ist dann feind aber gut haben wir hier rumgucken voll auf dem präsentierteller guckt auch mal ein bisschen immer zum wasser auf das ist alter immer und ihr wisst ja kill on side ganz wichtig ich würde sagen das gebäude hier ins kleine in das hier ja ja ich bin gerade im gebäude ich gehe jetzt wieder raus ich bin ein hammer auf den kopf damit wir sollten jetzt nicht so entweder gehen wir jetzt in das military gebäude gegenüber oder nicht ok go 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 ich mache keiner was 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 wo was los wo das eine fahrig wer war das was wo hat von euch einer geschaffen jetzt lebt lebt ja nur noch ja ist er tot nein sie sind bestimmt in dem gebäude wir sind da oben drin ja siehst du sie würde ich jetzt mal so sagen weil von da oben kam ein schuss also ich bin noch im hangar gehen zwei rum es kam es kam von dem gebäude da wo seid ihr wir sind jetzt neben dem hangar wenn noch eins weiter geht da ist ein kleines gebäude und da verstecken wir uns drin beziehungsweise hinter jetzt auf dem hangar gleich links um die ecke warte 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 da kann ich ruhig hingehen oder was weiß ich nicht ich gucke mal ob da jemand ich sehe auf dem dach jetzt gerade niemanden ist eigentlich die m4 auf vollauto also vordur muss ich das umstellen irgendwie keine art wird durch also die sind nicht in dem tower gebäude drinnen das war ich das war ich ach so boah jungen ja das ist die frage ob die da drin sind oder nicht doch in dem tower gebäude habe ich glaube also ich glaube ich hätte das gesehen aber das hatte ich ja eben auch schon kann man eine granate schmeißen kann auch nicht reingucken aber wir können mal feuern und dann kannst du laufen patrick ich bin durch ich bin doch schon bei euch noch schon bei euch ach so lol ich bin jetzt mal mutig und kriege drunter durch ja ich komme jetzt moment wo seid ihr jetzt auf der anderen seite der saures kant hier alles ach da da würde ich jetzt weggehen ne wieso was los ja wenn die da oben im tower sind dann kriegen die euch die können ja auch nicht runterschießen wir sind direkt unter den wenn da mehr ist ich ziehe da auch mal drauf jetzt aber also ich rob jetzt hier so entlang dass sie um die wenn sie um die ecke kommen treffen sie noch nicht alter wir können ja höchstens die treppe du sie bleib bei mir drop your weapon, drop your weapon lol wir holen euch voll der assi gibt es da eigentlich einen weg rein alter bist du behindert ja auf der anderen seite boah schiebt er mich um die ecke ey es ist ja alter ja siehste ja sieh das ist hör doch mal auf ey und auch mal nach hinten gucken jetzt hallo da liegt eine cola oben drauf ja mhm dafür riskiere ich jetzt mein leben ich bin jetzt in dem haus drin das treppenhaus ist clear lol wie er einfach rein geht ok go 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 was auch wenn du da geh rein da hoch gehst ich bin unter der treppe oder? ja ok also oben ist keiner alter ihr packt rum oh gott Leute liegt den rucksack mehr nicht Lucy komm her komm in die ecke ich bin oben also nicht feiern haha die letzte aber er was auch irgendwo sind die hier auf jeden Fall ne ich mach mal die Tür zu mach mal die Tür zu ja äh ist schon jemand oben? ja alter ist oben uuuhh ist auf so doll holster ist jemand im tower oben? Ja, ich und Mirai sind oben. Okay. Alter, von wo haben die geschossen, Alter? Er guckt am besten aus den Fenstern. Ja, bin ich schon. Also gegenüber scheint sich nichts zu bewegen. Auf der anderen Seite von der Landebahn. Aber von euch hat jetzt keiner geschossen, wirklich, oder? Eben. Boah. Nee, also... Nee. War bestimmt Luzi, der wollte ein bisschen Action in seinem Video haben. Na, wer weiß, wer weiß. Die können auch ganz oben drauf sein, ne? Boah, ey, ernsthaft? Könnt ihr da hingucken, aus dem Kamerawinkel raus vielleicht? Nein. Doch, aber wenn sie jetzt liegen, sehe ich sie nicht. Also stehen tun sie oben auf jeden Fall nicht. Okay, gib mir Rückendeckung. Ach, gut gesagt. Ich kann auch nicht hochschießen, richtig? Ich muss das mitfilmen. Ich klette ja auch nicht ganz hoch. Ich bin nur... Leute, Leute, nee, ich... Okay, hier oben ist keiner. Clear, clear. Ich komme wieder runter. Runter. Kurz schnell runter, runter und rein ins Gebäude. Block nicht, Alter. Hier ist noch ein großer Rucksack, ein roter. Auf dem blauen Schrank liegt noch ein Magazin. Ich weiß nicht, ob Björn das jemand brauchen kann. Wo ist denn der blaue Schrank gewesen? Ach da, okay. In den Tower oben. Äh, 40er. 5.56 Millimeter. Okay, Mirai hat's. Oder meinst du, ob die ausgelockt haben oder so? Ja, Pussis. Okay, da ist voll Munition drin. Danke. Also ich ja. Ja. Wollen wir doch mal rüber zu den Baracken gehen oder... Nee. Wollen wir jetzt einfach weiter Richtung Osten? Gehen wir lieber weiter, Jungs, ohne Scheiß. Where are we loaded? Ich. Okay. Okay, gut. Los, los, los. Ist das spielkrank einfach, ey. Wo wollt ihr hin? Zu dem Gebäude da vorne? Nein, er ist noch hier in Deckung. Lol. Bären sammeln, sagst du? Also, wenn hier geschossen wurde, ist hier irgendwo jemand, ne? Also ein bisschen... Das ist logisch. Ein bisschen logisch, ja. Klar. So ein kleines bisschen. Kann natürlich aber auch sein, dass jemand von einer ganz anderen Seite versucht wird zu snipen und gemerkt hat, er trifft uns nicht. So, jetzt immer schön gucken hier. Auch mal in den Wald hinter uns. Das war aber schon ganz schön laut. Ja, klar. Ja. Ich meine, die Sniper war auch nicht gerade leise. Auf der Stange. Ja, aber das waren aber halt schon mehrere Schüsse, ne? Ja. Das stimmt auch hier, ne? Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig umgenietet. Das war auf jeden Fall, ähm, so eine SHS oder so, ne? SKS? SKS. Wo seid ihr jetzt? Einfach auf der Wiese geradeaus. Ich bin, ich bin links. Alter, wieso bin ich hier alleine? Scheiße, wo bist du? Boah, da hinten. Boah, da hinten im Haus, ey. Ihr Nutten. Ja, komm, renn. Renn. Komm, pack die Waffe weg und jetzt. Run. Wir geben dir Deckung. Wie sich keiner um mich kümmert, ne? Auf den Kopf ziehen, weißt du? Wir geben dir Deckung. Wie sich keiner um mich kümmert. Lol. Wer läuft da außerhalb des Zauns? Ich. Hammer. Boah. Die kleine Warlock-Nutte. Was? Nix. Ich bin viel zu angespannt für irgendwelche Scherze, bin gerade. Alter. Boah, fuck. Fick die Henne, Junge. Was? Hast du geschossen, ne Penner, oder was? Alter. Gib dir nen Heddy, ey. Ganz im Ernst. Boah. Okay, hier in der Halle ist auch niemand. Ich hab noch Handschellen. Ist schon jemand im Militärgebäude? Ne. Ich bin hier in dem kleinen Gebäude. Da liegt einer tot. Da liegt einer tot. Da liegt ein roter. Scheiße. Wo? 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Im Eingang, im Eingang. Ich bin hier so blöd in der Deckung. Fuck, fast auf, es kann sein, dass da... noch irgendwo einer hockt, ne? Ja, das kann sein. Hier, schnell mal vorbei, schnell mal vorbei. Alter, liegen voll viele tot. Alter. Alter, Jungs, passt auf, Alter. Geht rein, geht ganz rein, oder nicht? Wir gehen rein. Alter. Fünf Leute tot, wer ist denn hier los? Alter. Da oben hockt bestimmt einer noch. Alter. Alter, was hier alles drin ist, Junge. Wieso kann ich das jetzt nicht... Wieso kann ich den jetzt nicht looten? Ist jemand oben? Ne, bestimmt nicht. Loi, was die haben die Zonen dabei haben, Alter. Was machst du mit der Tür da? Äh, in dem Raum ist nichts. Okay. Also, nichts was zu machen. Ich werde hier ne Shotgun abgesägt, Alter. Und Essen ohne Ende. Ne Musin. Will ich ne Musin haben? Ist die besser? Musin ist doch dieses... Scharfschützengewehr. Ja, genau. Boah. Alter, hier liegt voll viel Muni. Äh, und Essen. Alter. Ja. Miss Saline. Äh, 7,62. Das brauche ich nicht. Boah, Sunglasses, endlich. Hier ist noch unten... Hier ist richtig viel trinken noch, also. Falls ihr noch was braucht. Boah, auf jeden ne Bottle. Also hier... Brauche ich ne Flasche, die könnte... Ja, hier hat der eine hier, wo ich bin. Aber richtig. Ja, ich schmeiß gleich nochmal 7,9,6... Hier, Dings-Munition hin. Welche, 7 oder 5? Äh, 7,62 mal 39. Oh, ne M4. Ne M4 liegt hier noch, aber ist alles damaged hier. Ne M4 damaged? Ja, das ist... Die Munition ist ruiniert. Das Gute hab ich rausgeholt. Loll. Aber hier bloß los, Alter. Bewacht doch einer den Eingang überhaupt? War eigentlich jemand oben eben? Ne. Ne, da war noch keiner. Hat jemand hier die Tür aufgemacht? Ja, ich gerade. Nein, die hier. Nein, hat niemals. So, Leute, der hat ne Pistole. Also, ähm, ich würde... Ja, ich weiß nicht. Also ich nehm auf jeden Fall ne Mosin mit. Die ist mir irgendwie sympathischer. Ich lass es bei meiner M4. Geht jemand mit dir hoch? Ja. Hier liegt noch voll die Staff, Jungs. Bitte gerne mal mit durch. Bloß, hoch. Hier liegt noch ne Can. Achtung. Ich kann ja nix mehr wegwerfen. Ich trau mich nicht rein. Ich trau mich nicht rein. Ich jetzt. Wartet, ich komm auch noch hoch. Ist alles gut. Alles gut, okay. Ich möchte nicht mehr triffieren, was hier drauf war, Alter. Wahrscheinlich hat er sich schnell ausgelockt, weil er wusste, irgendwelche Typen kommen dann und... Ah. Alter, Vater. Ja, oder die sind halt tatsächlich irgendwie haben sich alle gegenseitig abgeknallt und das war das halt an. Ja, haben... sind verblutet oder so. Ja. Boah, Alter, dass der alles hat. Wie lange bleiben eigentlich die Leichen liegen? Zehn Minuten, glaub ich. Okay. Ähm, hast du deine Munitionsbox noch da? Ich hab auch noch eine. Die ist voll. Oh Gott. Ich hab auch noch eine. Ja, komm mal her, hier gibt's so viel Muni. Hier ist noch ne Pistole, hier ist ne FNX45, falls wer braucht. Ja, aber ich glaub auch im Online-Magazin. E7-6239, Muni. Und so... Zombie. Oh, der hat auch noch ne Muni-Box. Das ist die Muni-Box. Aber die ist kaputt. Und hier ist was Cleaning-Kit. Aber mal ehrlich, so ne... abgesegte Shotgun, ne? Ja, hört sich schon cool an. Kannst du für'n Nahkampf, für'n Häuser-Kampf nehmen. Ich... Ich hab ja gesehen, wie du mit der Shotgun schießt, in Folge 3 oder 4. Halt bloß die Fresse, Junge. Okay. Ich guck mal kurz aus dem Fenster, ob nicht vielleicht doch irgendjemand grad wegrennt. So schön in den Rücken schießen, wisst ihr? Alter, mein Rucksack ist voll. So, Moment. Ah, das kann man noch essen. Hat noch irgendwer so ne Ammo-Box zufällig? Ja, ich hab' einer. Der Tote hat noch eine. Welcher? Der hier, da. Der mit nem blauem Rucksack. Hat ne Ammo-Box? Ja, der hat eine Ammo-Box. Ich weiß aber nicht, was da drin ist. Ähm, ne, der hat keine. Doch, klar. Boah. Hä? Der hat keine. Der hat voll, dieser Server voll ist. Also... Ja. Dieses Gelbe ist doch... Ah, ne. Ah, ne, das ist keine. Ah, ne, stimmt. Wie sie hier die Leichen plündern. Ach cool, seine Achse ist besser als meine. Und so geht's. Ja, nur so geht es. Braucht noch jemand Muni irgendwie? Ähm, M4 Muni hab ich jetzt auch ein bisschen was. Hier ist noch ein 40-Schuss-Magazin. Oh, das nehm ich, das nehm ich. Alter. Nee, nee, da ist keiner mit drin. Alter, hier sind noch Trinkflaschen. Der hat auch noch eine dabei hier vorne. Ja, aber die sind ruiniert. Die sind ruiniert, oder? Nö, die ist Damage jetzt. Nee, nee, die sind... Die guten hab' ich schon genommen. Ja, 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 ja. Aber hier liegt doch echt viel, äh, von dieser 7.62 rum. Ja, ist es für die... Weapon Cleaning Kit. Ich will meine Waffe reinigen. Kann ich nicht. Gut, dann nicht. Nö. Kann man den auch nach looten? Naja, kann man noch. Ach, der ist leer. Ach, der ist leer. Oh, Mann. Der hat auf jeden Fall eine bessere Axt als ich. Oh, da kommt einer nicht durch gerade. Oh, das sah gerade so aus, als wenn in dem Jahr jetzt hier noch was drin wär. Äh, sollen wir eine Aufnahmepause machen? Würde ich sagen, ja. Ne? Haben wir ja genug, äh, gelootet hier, ne? Ja, passiert auch eh nichts mehr. Spaghetti. Dann, viel Dank fürs Zugucken. Und jetzt halt doch mal die Fresse. Und tschüss. 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 Tschüss.